Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Unterhaltung. Mit 95 Jahren, Disney-Bekanntheit Pat Carroll ist verstorben. Damit verstummt eine der ganz große Stimmen. Pat Carroll wurde dem breiten Publikum 1989 und 80 durch ihre Rolle in Ariel, die Meerjungfrau, bekannt. Sie lieh Ursula ihre Stimme und brillierte als böse Meerhexe. Deshalb kam sie auch in weiteren Spin-offs und Videospielen zum Einsatz. Doch nicht nur das, auch als Komikerin und Schauspielerin war sie eine feste Größe und gewann unter anderem einen Emmy und einen Grammy für ihre Arbeit. Jetzt ist Pat im Alter von 95 verstorben. Das gab ihre Tochter Tara Kassian, die wie ihre Mama Schauspielerin ist, auf Instagram bekannt. Wir bitten euch, sie zu ehren, indem ihr heute und in Zukunft jeden Tag über alles Mögliche lacht, forderte sie ihre Community auf. Pat hinterlasse ihren Kindern neben ihrer Gabe und ihrer Liebe noch etwas anderes, das größte Geschenk von allen, in dem sie uns mit Humor und der Fähigkeit zu lachen ausgestattet hat, selbst in den traurigsten Zeiten. Ihr Lachen werde Tara immer in Erinnerung bleiben. Wie Entertainment Weekly berichtete, verstarb die Synchronsprecherin in ihrem Haus in Massachusetts. Dort erholte sie sich gerade von einer Lungenentzündung. Zahlreiche Schauspielkollegen drückten unter Taras Beitrag ihr Mitgefühl aus und erinnerten sich liebevoll an Pat.